Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier aus der CRIB. Ich bin mit dem guten Blackout hier am Start und ihr habt es schon im Titel erkannt. Heute werde ich. Ich habe mir das wirklich extra aufgehoben. Du weißt das ja. Ich weiß das. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis der Auto-Channel startet. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis ich den C63 endlich fahren darf. Darf ich? Nee. Und damit ist das Video vorbei. Vielen Dank fürs Zufragen. Natürlich. Oh Mann, geil. Aber erstmal an der Stelle muss ich sagen, geiler Sweater. Richtig geil. Wir haben gestern auch richtig geile Fotos gemacht. Deswegen ist es so geil präpariert da. Stimmt, das ist hier. Aber es ist so clean. Leute, habt ihr das eigentlich schon gesehen? Habt ihr das schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben den Schreibtisch jetzt, oder besser gesagt, ihr habt das gemacht. Den Schreibtisch jetzt hier an die Seite. Sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Wir haben viel mehr Platz. Und die Wohnung wirkt jetzt so riesig, beziehungsweise noch größer. Das ist echt schön, oder? Das ist echt richtig schön. Das fällt mir auch richtig. Am Anfang hat man so richtig Stufen gesehen. Hier sieht man es noch. Guck mal hier, von dem Tisch. Das ist krass, wie sich der Boden verändert. Durch Sonne, durch Licht, durch Bewegung und so weiter. Aber der Übergang ist fließend. Und dann sieht man das nicht mehr. Da war das auch. Aber guck mal, was wir hier gestern für Fotos gemacht haben. Wuhu! Niemals. Hier innen in der Wohnung. Leute, schaut euch das mal an. Wer hat die gemacht? Mark natürlich. Liebe Grüße an Mark, der gerade zuschaut. Genau, hier sein Instagram-Tag. at MB Media World. Schickt es auf jeden Fall ab. Geiler Typ. Beziehungsweise alle meine nächsten Fotos werden von ihm sein, weil wir so viel geshootet haben. Also er kann es halt wirklich. Er kann es halt wirklich. Und er hat einen geilen Stil und ein richtiges, ein ungutes Auge für... Ein ungutes? Ein gutes. Und ein gutes. Und ein gutes Auge für Blickwinkel. Für verschiedene... Wie heißt denn das? Blickwinkel. 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 Auf jeden Fall, wir fahren heute an. Ange, ich bin echt gespannt. Darf ich schon das richtige Outfit an hier? Gut, ja. Er fährt er sich krass anders als zum CLA. Ja, total. Weil es ist ja Heckantrieb. Wir haben acht Zylinder statt vier. Wir haben wie viel PS? 510. 510 PS und... Biturbo. Biturbo. Also allgemein einfach krank. V8. V8. Sollen wir runtergehen? Ja? Ich habe schon Bock. Ja? Ja? Ich bin richtig aufgeklickt. Let's go! So, wir sind in der Tiefgarage angelangt und stimmt. Man muss sagen, das ist pervers. Unsere Parkplätze sind einfach eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Oh, es ist so schön. Wie findest du eigentlich den Lotus? Du hast ihn ja letztens live gehört. Ich finde ihn richtig geil. Also ich bin verwundert, wie tief er ist. Ich saß noch nicht drin. Ich habe ihn noch nicht richtig von drin gesehen. Von hinten sieht er pervers geil aus. Ich finde, der Diffusor hinten ist asozial. Ich muss wirklich dir was sagen, was dir gefallen wird. Und zwar sage ich ja immer, ich finde große Spoiler scheiße. Ja. Der könnte tatsächlich noch ein bisschen größer sein. Nein, wie geil. Ich meine das ernst. Und ihr kennt... Leute, das hat er gerade nicht gesagt. Das hat er gerade nicht gesagt. Ich bin mit David immer am Reden, am Diskutieren, ob ein Spoiler geil ist oder scheiße. Und wir können ja mal ganz kurz hier zu meinem rüber. Und hier zum Beispiel finde ich das perfekt. Und mehr darf nicht. Mehr darf nicht. Wäre da was drauf, um Gottes Willen. Nee, bitte nicht. Aber zu dem Auto muss ich sagen, passt das und es könnte noch größer gehen. Also bis hier oder so oder so die Höhe oder so wäre auf jeden Fall geil. Weißt du, so Need for Speed damals. Oh ja, ja, ja. Aber dann auch Carbon, oder? Oh ja, das wäre natürlich richtig krank. Muss man wissen, kommt vielleicht was. Ich habe am 13. September Geburtstag und ich habe mir gedacht, komm David, wünschst du dir einen Carbon-Spoiler? Vielleicht schenkt er dir ja jemand, oder? Ja, genau, heute auch. Wahrscheinlich. Nee, also finde ich auch richtig geil, der Diffusor hier unten in der Mitte, dass der Auspuff ist, ist das richtig geil. Die Lichter sind so fucking pervers. Wenn man hinter dir fährt im Dunkeln, wir sind ja gestern was essen gefahren, Digga, dann sieht das von hinten aus wie ein Ferrari oder Porsche oder... Echt? Nee, nicht Porsche, also ein richtig krankes... Also es ist halt, du siehst, jeder guckt auf der Straße, der Standard-Sound ist richtig geil. Ich freue mich so, den mal selber zu fahren, also darauf habe ich richtig Bock. Und ich finde es natürlich richtig schön mit der Farbe hier, dieses Glitzer-mäßige, was auch dieser Cosmos-Lack, den mein AMG vorher auch hatte, der CLA, und dann halt in Verbindung mit diesem Matt. Das sieht wunderschön aus, richtig geil, geile Elemente, supergeil hier hinten, kannst du in den Motor reingucken, das ist ein Mittelmotor, oder? Ja, Mittelmotor. Also man hat hier wirklich einen großen Kofferraum. Den kann ich dir dann im Nave zeigen, wenn du den mal abcheckst. Felgen sind schon geil in schwarz. Dann, das ist natürlich pervers, ne? Oder diese kleinen Details? Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil aussieht. Ich hätte schon gedacht, dass das so geil aussieht und so wirkt, aber dass die Nippel, als du mir die gezeigt hast, dachte ich so, ja, cool, aber vielleicht doch zu crazy, aber geil. Es sind ja diese kleinen Gimmicks, die es ausmachen. Innen habe ich ja diese Schaltknöpfe, habt ihr ja auch gesehen, die habe ich dann schwarz gemacht und den Schaltknöpfe habe ich auch schwarz gemacht. Hätte ich den hier und gemacht, das wäre zu viel gewesen. Ja, nee, das sieht gut aus. Wenn du hier reinguckst und alles ist schwarz, das ist gut. Ja, all black. Sonst irgendwann wird es auch Kirmes. Aber jetzt guck mal, stell dich mal einen Meter zurück. Das ist halt krass, ne? Es geht mir zur Hüfte. Das ist so heftig, komm, wie groß ich bin. Das ist halt wie ein Spielzeug. Beziehungsweise wie flach der ist, das muss man halt sagen, wie flach dieses Auto ist, das ist wahnsinnig. Es ist wirklich wahnsinnig. Also das ist auch ein flaches Coupé, ne? Das ist, guck mal, das ist ein Porsche, der ist flach, aber der liegt mal noch im Tiefer. Also hier nochmal, zeig nochmal. Also bis zur Hüfte, so, da, okay. Das war die höchste Stelle, die du gerade gemessen hast, ne? Ja. Okay, so. Also so hoch ist das Auto da, ne? Also Wahnsinn. Das ist schon heftig. Aber ich muss sagen, für mich, als der nur ein Auto hat, ist sowas alltagsfähiger. Ja. Power, Leistung, aber auch Komfort, entspannt. Du hast geile Sitze, du hast Sitzkühlung, Sitzdingens, ein Gurtbringer, geile Elektronik und so weiter. Aber du hast ja noch den Transpo und das als Zweitauto, als Spaßauto ist fucking perfekt. Also das ist wirklich richtig geil. Aber egal, darum geht es heute eigentlich nicht. Genau. Darum können wir reden, wenn ich den mal fahren kann. Genau, aber du darfst den erst fahren, wenn der eingefahren ist, weil ich denke mir halt so, man muss das volle Programm erleben und jetzt darf man den nicht über 4000 Umdrehungen drehen. Und ich glaube mir, das ist so schwer, dieses Auto nicht über 4000 Touren drehen, weil bei 3300, da kommt dann plötzlich so. Richtig geil zu. Und dann schreit er und ich merke so, boah, über 4000 wäre es garantiert noch geiler, aber ich darf es halt noch nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich finde das gut, dass du es machst und hätte ich nicht VIP-Leasing, weil du siehst ja, was passiert. Leon ist den bei mir gefahren irgendwie und hat den auch mal kurz im Begrenzer, weil er nicht gecheckt hat, wo er schaltet und so weiter. Das passiert mal. Und wenn das ein 6 Monate Leasing-Auto ist, ist es zwar trotzdem nicht so geil, aber so ein Motor kann das ab. Also selbst den, den könntest du, wenn er warm ist, schön mal hochdrehen. Aber ich kenne das, wenn das so dein Baby ist, dein wirkliches Auto, was du auch behältst. Eben, das ist kein Leasing. Dann würde ich auch niemanden ranlassen. Das ist wirklich, es ist wirklich meiner. Also ich kann machen, was ich will und der gehört jetzt mir. Und hätte ich den geholt, dann hätte ich auch keinen dran gelassen, bevor der nicht 1500 Kilometer hat und schön eingefahren ist. Zum Glück. Aber apropos, sollen wir den mal anschmeißen? Ich will nämlich, ich will jetzt einfach mal hier hinterstehen und den puren, zeig mal den Schlüssel. Boah. Schaut euch das mal an. Also das, da sieht man halt schon, boah, sieht das gerade schön aus. Sieht das gerade, also das sind gerade richtig geile Aufnahmen. Mach mal an. Man konnte den in verschiedenen Farben wählen, halt in weiß, in schwarz, in grau. Und ich fand den in weiß, der sah auch im Internet schon so geil aus. Passt zwar eigentlich gar nicht dazu, aber irgendwie dann doch wieder einfach geil. Aber man muss sagen, die geilsten Schlüssel macht Porsche. Ja, die muss sehen wie ein Porsche. Ja. So, jetzt mach mal an das coole Stück. Also der sieht schon brutal aus, ne? Hier hinten, alter Schwede. So. Ich mach mal Porto mit Klappe aus. Ja, bitte. Der V-Land schon, ne? Boah, Wahnsinn. Ja, der ist eben V8. Wahnsinn. Also das ist nochmal was ganz anderes. Ich hab hier einen V6 und das hier ist eben V8. Ganz andere Klangkulisse. Gib mal ein bisschen Gas. Okay, ich würd sagen, ich werd's auch selber fahren. Das ist irgendwie geil, der Einstieg-Aussieg hier. Boah. Ich würd sagen, mit Ambilight und so weiter, Stage is yours. Sieht das geil aus? Schaut euch das mal an. Es sieht, also es sieht wirklich aus, wie ein Raumschiff. Ja. Es sieht aus wie ein Raumschiff. Diese Beleuchtung ist grandios. Da kann ich nicht mithalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meiner ist einfach Sport, Racing. Sport, Dunkel. Also das siehst du gar nicht. Da ist kein Licht, wirklich nichts. Nur das Tacho leuchtet und ich glaub, das war's. Ein paar Knöpfe. Hier und da, vielleicht Klimaanlage. Aber das hier, Leute, schaut euch mal wirklich, schaut euch diesen Einstieg an hier. Man geht hier rein. Wasch. Ist das Wahnsinn. Okay. Sollen wir eine Runde drehen? Let's pet. Ich würd sagen, wir montieren jetzt die Kamera hier vorne. Wir haben so einen geilen Adapter hier. Zeig dir mal kurz. So, schaut euch den mal an. Dreifacher sauknapp. Den machen wir jetzt vorne an die Windschutzscheibe und dann düsen wir los. Meine erste Fahrt im C63 S. Let's go. So, Leute, wir sitzen jetzt im C63 S AMG vom guten Blackout und ich muss sagen, ich bin jetzt ein paar Tage in den Lotus gefahren. Es ist so krass, wie groß dieses Lenkrad ist, wie weich die Sitze sind, wie man hier über diese Straße gleitet. Es ist wirklich phänomenal. Also ein ganz anderes Fahrerlebnis. Aber das Blubbern ist trotzdem sausportlich. Es ist einfach ein geiles Feeling. Und jetzt habe ich ja hier Head-Up-Display. Ich bin, glaube ich, im Komfort-Modus. Komfort mit Klappe auf. Klappe auf. Du hast gerade schon, was hast du eingestellt? Start-Stop ausgemacht. Jetzt können wir hier noch manuell. Genau. Das kannst du aber auch hier am Lenkrad. Ach, geil. Und wie kann ich jetzt in Sport-Modus gehen? Das kannst du hier machen. Ach, okay. Am Lenkrad drehen. Das ist grün. Jetzt bin ich im Sport-Modus und schalte manuell. Ich bin noch nie im Sport-Modus gefahren, dieses Auto. Entweder Komfort oder Sport Plus. Wofür Sport? Ja, genau. So, jetzt sind wir im Sport-Plus-Modus. Und man muss ja sagen, dieses Auto knallt im Grunde genommen am meisten, wenn man aufs Gas tritt und dann wieder vom Gas runter geht. Ja, Schubabschaltung halt. Auch was Witziges, was viele von euch wahrscheinlich nicht wussten. Der war ja jetzt vorhin in der Garage super laut. Ja. Der Grund, warum der am Anfang so laut ist, die Leute fühlen sich immer gestört, wenn du irgendwo das Auto anmachst und der macht jetzt mal und ist sehr laut. Den typischen Kaltstart. Der ist nur dank der schönen Euro-Norm da. Also weil wir im Auto ja Euro 6 haben, macht er das, um direkt die Katalysatoren auf Betriebstemperatur zu erhitzen, damit so schnell wie möglich die Euro-Norm eingehalten werden kann. Sehr verrückt, oder? Weil wenn die Katz nicht warm sind, dann kommt halt mehr. Du kennst das ja mit einem alten Diesel oder so. Weißt du, wenn du den anmachst und der ist kalt, da kommt richtig raus. Aber das ist mega geil. Das heißt, wir haben gerade herausgefunden, dass die Katz wirklich eine gute Eigenschaft haben. Und zwar, dass die Autos am Anfang laut sind. Ja. So Freunde, wir waren gerade im Tunnel, deswegen, da haben wir jetzt einen kleinen Teil rausgeschnitten. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich echt begeistert. Also das Auto fährt sich so angenehm. Ah, hier die Polizei. Ja, moin. Was zahlt man für den? So wie er jetzt hier steht, wenn ich den jetzt bar kaufen wollen würde, was zahlt man für den? 126.000, 128.000. Boah. Also es ist schon eine krasse Ansage. Aber ist auch alles drin. Also der ist fast komplett. Also fast Vollausstattung. Ich dachte mir so, wenn ich mal die Möglichkeit habe, sechs Monate so ein Auto zu fahren, dann will ich auch das Head-Up-Display, dann will ich auch die Sitzkühlung, dann will ich auch die Sportabgasanlage und so weiter. Na, man kennt das ja. Dann bist du da in den Baukassen. Ja, kommt noch das. Ah ja, da zeige ich im Monat noch ein bisschen mehr. Und man muss ja ehrlich sagen, mit dem VIP-Leasing hat man echt einen richtig geilen Deal. Und das Auto würde ich so niemals für drei Jahre nehmen, weil ich nicht weiß, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch so gut läuft oder ob ich mir das leisten kann, weil es kostet viel Geld. Aber ja, wie gesagt, ist halt nur ein Leasing, sechs Monate und dann geht er wieder zurück. Von daher kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich finde es geil, wirklich. Also bis jetzt ist das auf jeden Fall mein Lieblings-AMG. Aber ich muss sagen, den CLA 45 bin ich auch schon selber oft Probe gefahren. Und im Vergleich jetzt zu dem C63 muss ich sagen, ist der jetzt nicht viel schlechter. Nee, oder? Also erstmal hat der CLA hat Allrad, was ich mega geil finde. Deswegen kommt er auch schneller weg. Genau, also an der Ampel. Klar, untenrum hat er nicht so viel Bums, weil Vierzylinder, krass Turbo aufgeladen. Aber wenn man dann draufdrückt mit Allrad und der Turbolader einmal pustet, dann geht er wirklich richtig nach vorne. Und das ist geil, das macht Spaß. Hier haben wir Heckantrieb und das Ding wiegt halt auch ein bisschen was. Wie viel wiegt der jetzt? Weißt du das? So 1,6 Tonnen? Das kann ich dir nicht sagen. Der wiegt auf jeden Fall über 1,5 Tonnen. Auf jeden Fall. Wenn nicht an die 2 Tonnen oder so. Das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Obwohl es noch ein Sportcoupé ist. Aber du merkst halt, das ist auch auf Sport ausgelegt. Gerade die AMG-Variante. Oder sowieso C-Klasse. Hinten sitzen macht keinen Spaß. Ja, Freunde, wirklich. Wer schon mal im C-63 S hinten saß oder auch im C-L-A-C-45, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn ich hier hinten sitze, ich sitze so. Wirklich. Permanent. Also das ist kein Spaß. Aber ein paar Mädels kann man hinten platzieren. Das geht auf jeden Fall klar. Ist das krass. Also das Head-Up-Display. Ist schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Ich kann vielleicht mal, obwohl das darf ich ja nicht, darf ja jetzt nicht mein Handy hier rausnehmen. Das wäre ja illegal. Aber wenn ihr das sehen könntet, wir können das gleich vielleicht nochmal zeigen, wenn wir dann stehen. Es sieht phänomenal geil aus. Dieses Head-Up-Display ist absolut, absolut sexy. Ist geil. Und was das Beste daran ist, finde ich, gerade auf der Autobahn, du kennst das, wenn man lange Autobahn fährt und irgendwie, du, es ist nicht viel Verkehr und du pennst so ein bisschen rum. Ja. Und dann merkst du irgendwann so, ey, warte mal, wie schnell darf ich hier eigentlich fahren? Ah, stimmt. Und du siehst dauerhaft, wie schnell darf ich hier fahren. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also selbst wenn jetzt hier eine Baustelle kommt, und da einfach ein Schild platziert wird, ich weiß nicht, ob der auch Schilderkennung hat oder wie das funktioniert, ob der mit allen GPSen vernetzt ist, aber der zeigt dir immer, jetzt ist 30, jetzt bist du in der Spielstraße, jetzt ist 100. Ich stehe gerade übrigens richtig scheiße. aber das würde mich echt interessieren, also wie das funktioniert. Also ihr seht, neben der KMH-Anzeige, ich würde das jetzt so gerne einblenden, neben der KMH-Anzeige seht ihr wirklich jetzt gerade ein 50er-Schild als Beispiel. Das muss mit Schilderkennung zusammenliegen, oder? beziehungsweise GPS oder getrackt wird. Du kannst halt da auch deine Musik einblenden, dein Navi und so weiter, das ist halt cool, ne? Ist das cool. Ein Kollege von mir hat das irgendwie gehackt, und da läuft Bundesliga, der guckt immer Bundesliga auf dem Head-Up-Display. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ist auf jeden Fall witzig. Ey, das ist voll geil. Da könnte man mal drüber nachdenken, ob man hier den Mercedes-J braked. Ja, wahrscheinlich freut sich Mercedes. Wahnsinn. Und ich muss sagen, was mir gerade auffällt, im Vergleich zum Lotus, ich vergleiche immer gerne Lotus mit eben anderen teuren, luxuriösen, beziehungsweise auch schnellen Autos, der Lotus ist eben handgeschaltet. Das heißt, ihr müsst jetzt gerade, ist hier super Stau, ihr müsst die ganze Zeit Kupplung durchtreten, schalten, und es ist halt wirklich sehr, sehr hart und ruppig. Und auf Dauer ist es irgendwo ein bisschen anstrengend. Und hier, ich bin im Automatik-Modus, ich drehe einfach nur die Bremse und dann, wenn der Verkehr rollt, gehe ich langsam von der Bremse und das Auto fährt einfach automatisch los. Und ich bin jetzt im Manuellen-Modus, das heißt, ich kann hier mit den Pedals am Lenkrad schiffen. Das ist halt mega geil, beziehungsweise, wenn ich noch komfortabler fahren will, dann einfach Automatik-Modus und das Ding schaltet von selber. Das ist wirklich geil. Und das macht er gut. Also auch noch besser, finde ich, als beim CLA. Beim CLA war es nicht so geil, oder? Doch. Zwischendurch, das große Problem ist, dass Autos, dass die Automatik sich ja an den Fahrer anpasst. Das bedeutet, so wie ich fahre im Automatik-Modus, die Gasstellung, wie viel Prozent gebe ich Gas, wann gehe ich vom Gas, Junge, ist es abgebrannt, oder was? Das kam kurz ein bisschen auf der Kamera gesehen, glaube ich. Das merkt sich, die Automatik, und verändert sich demnach. Also es ist wie ein selbstlernender Algorithmus, der einfach versteht, wie du Auto fährst und demnach funktioniert. Und weil wir unterschiedlich Auto fahren, kommst du mit meiner Automatik nicht klar. Du gibst Gas, gehst von Gas, willst wieder Gas geben, aber der schaltet schon, weil ich dann nicht nochmal Gas gebe, als Beispiel jetzt. Und da ist es natürlich jetzt anders. Also für mich hat der CLA auch super funktioniert. Trotzdem ist die C-Klasse nochmal geiler. Und eigentlich krass, wie intelligent ein Auto arbeitet mittlerweile, oder? Ja. Dass es wirklich adaptiv zu deinem Fahrverhalten sich anpasst. Und ich muss dazu noch sagen, was ich oft mache, ich fahre oft im Komfortmodus zum Beispiel mit Klappe auf, ganz entspannt, und fahre Automatik und trotzdem kannst du ja mit den Wippen machen. Das heißt, du fährst jetzt Automatik, willst aber kurz irgendjemanden auf der Landschafts überholen, klackst du kurz zwei Gänge runter, überholst den und dann bleibt der erstmal, also der schaltet temporär hin manuell quasi und wenn er merkt, okay, du schaltest nicht, schaltest nicht, 10, 20 Sekunden, wird er wieder Automatik und schaltet selber hoch. Das ist extrem geil. Das ist schon richtig geil. Wahnsinn. Ich würde natürlich gerne mal Stopp geben, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen aus der Stadt hier rausfahren und dann ist der gute C63 auch warm, deswegen an der Stelle gibt es einen kleinen Timejump und dann gleich volle Eskalation mit hoffentlich keinem nervösen Blackout hier auf dem Beifahrer sitzen. Wir freuen uns drauf. Bis gleich. Freunde, jetzt geht es hier los. Wir machen auf jeden Fall gleich noch. Stimmt, du bist ein schlechter Beifahrer. Absolut schlecht. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal ein paar Szenen aus dem CLA-Video einblenden. Oh nein, bitte nicht so schnell. Ja. Ich habe mich... Oh. Jetzt fliegt hier alles rum. Oh Gott. Nein. Oh jetzt. Oh. 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 Ich habe mich hier oben irgendwo frissgetan. Also die Auffahrt hat schon super Spaß gemacht. Ich fand die schon richtig unheimlich, fuck Digga, geistesgestört. Crazy, crazy. So, jetzt kommt er hier. Ja, weiß ich noch nicht. Junge, Junge. Alter Schede! Okay, die Leute dachten jetzt bestimmt, kann der nicht Auto fahren? Der Mann ist irgendwie komplett dumm im ersten Gang. Boah, ist das geil. Also es macht schon echt Spaß. Boah, selbst die ganze Kamera flottiert hier, Junge. Wer ist das? Ich habe echt kein gutes Gefühl. Jetzt habe ich richtig Spaß hier. Jetzt habe ich echt richtig Spaß. So, jetzt, komm mal hier. Die Leute, die finden das doch garantiert auch geil, oder? So ein bisschen knallen, oder? Also, ohne Scheiß. Wer so einen Zaun nicht geil findet, der hat einfach im Leben überhaupt gar nichts verstanden. Wirklich? Gar nichts verstanden. Dann hört euch das mal an. Guck mal, wer den nicht gebrochen hat. Guck mal, wer den nicht gebrochen hat. Okay, Leute. Also gerade, ja? Hier vorne jemand an der Ampel hat sich wirklich so umgedreht, dass das den nicht gebrochen ist. Ist eigentlich alles hier. Ey, der ist gerade voll über Rot gefahren. Es ist richtig geil. Was hat er gesagt? Ja, Fahr der Wichser. Aber ist das schön. Jetzt können wir nochmal hier. Kickdown. Oh, jetzt fliegt alles im Auto schon umher. Ich hoffe, ich verliere nichts. Oh, ist das schön. Boah, die Kamera ist schon lose, ne? Die ist schon, die bewegt sich schon hier. Echt jetzt? Ne, doch nicht. Du gibst dir so doll Gas. Boah, das ist macht einfach. Verschiebt sich jemanden. Wird richtig in den Sitz gedrückt. Auf dem Beifahrer sitzt es noch krasser. Ist krass, ne? Weil, das ist so ein Phänomen, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, wenn man selber nicht am Steuersitz und man weiß nicht, wann das Auto beschleunigt, dann wird man permanent immer so rumgerüttelt. Also man fühlt sich eigentlich wie ein kompletter Vollidiot, wie ein Dulli. So geht es mir immer, wenn ich hier auf dem Beifahrersitz sitze. Dieses Mal ist es zum Glück Sören und nicht ich. Und man wird einfach durchgerüttelt. Die ganze Zeit immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Die ganze Zeit, ja? Aber mir ist doch ein bisschen schlecht jetzt. Echt jetzt? Nur ein bisschen heller hier. Heller machen? Das ist auch ein Schulkind hier. Oh je. Oh, wir hätten hier links gemusst. Oh man. Oh scheiße, jetzt bin ich falsch gefahren. Ja, weil du zu viel Spaß gibst. Ja, jetzt können wir aber nochmal Gas geben, oder? Es macht so Spaß. Ich kann das den ganzen Tag machen. Hier ist, glaube ich, ne... Ich glaube, hier ist ne Schwule. Oh, Junge, das ist ein bisschen kalt. Oh je. Das hat so Spaß. Das ist das Schöne. Junge. Oh, nicht so ein Laufwand, wenn die schon dann so regnet. Oh, es ist... Jetzt fahr links hier, fahr links hier. Oh, es ist schön, Freunde. Es ist so schön. Blink, blink, blinken. Am G musst du blinken. So, jetzt sind wir in der verkehrsberuhigten Zone. Oh Gott. Wenn ich hier ne Anzeige bekomme, wegen unnötigem Lärm. Jetzt fahren wir hier mal langsam, ne? Jetzt kommt hier ne kleine Radfahrerin. Die wollen wir ja nicht stören. So, blinken. Ja, aber die Schule. Wie in der Fahrschule. Juckt's. Ich lass dich nie wieder fahren. Oh, Freunde, das ist einfach schön. Also, das macht mir wirklich Spaß. Das macht mir wirklich Spaß. Ich glaube, du bist einfach so ein bisschen sadistisch. Es bringt dir Spaß, mich zu ärgern. Ja. Bitte fahren dem nicht so schnell vorbei. Nein, nein, nein. Ich fahr jetzt ganz langsam hier. Ganz langsam fahren wir hier vorbei. So. So. Ganz gemütlich, ne? So. Gleich biegen wir ab. 30, ach, 30, Junge! Oh, mir war das doch nie so unangenehm, dass das so laut ist. Wir müssen das aber nochmal von außen gleich zeigen, ne? Also, das wäre mir wirklich lieb. Bin ich da nicht schon einen Schädel-Hirn-Trauma davon getragen, ne? Also, das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal zeigen. Da vorne ist ein Stoppschild jetzt. Ja, da halte ich natürlich an. Das ist doch schön, Freunde. Das ist mir wirklich eine Freude. Das ist mir einfach eine Freude hier. Stoppschild schön anhalten. Geiles Stoppschild. Bei einem Stoppschild sieht man nichts. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch eine kleine Runde, Freunde. Und dann melden wir uns gleich vom Spot wieder. Und dann gibt's ein bisschen Sound von hinten mit Vollgas. Bis gleich. So, Leute. Wir sind jetzt hier am Spot angelangt. Ich habe den Schlüssel. Der AMG läuft schon. Ist warm. Vollkommen heiß. Und jetzt werden wir mal von hinten diese Sound-Spektakel ein bisschen testen. Ich bin mega gespannt. Innen ist es auf jeden Fall richtig laut. Ich werde im ersten Gang erstmal schön in den Begrenzer und dann ein bisschen knallen lassen. Und dann im zweiten und im dritten und dann gucken wir einfach mal. Annika jetzt gerade hinter der Kamera. Hallo. Du hast auch Bock? Bist Sound AMG? Ja? Was? Sound AMG hast du Bock? Ja. Sehr gut. Dann setze ich mich jetzt mal rein. Dann gibt's für euch C63S. Viel Spaß. Dann geht's. So, also irgendwie hat's nicht so geknallt. Das müssen wir also normal machen. Oh Mann. Das ist jetzt aber echt ärgerlich. Oh Mann. Okay. Du bist bereit Annika? Ja. Sehr gut. Und los rein. So Freunde. Oh guck mal hier ist ein Grashüpfer. Ja. Guck mal hier. Der Grashüpfer weiß auch was Gutes. Und ich hoffe euch hat der Sound hier vom C63S gefallen. Es hat jetzt ordentlich geknallt, oder? Richtig. War es sehr laut? Richtig geil, ja. Das war echt geil. Also ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Ja. Da hat sich schon was. Guck mal hier. Also der tänzelt hier über die Windschutzscheibe. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube der ist grad mitgefallen. Der fand den Sound auch geil. Ich hoffe euch hat der Sound gefallen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst dem guten Blackout ein Abo da. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Und was wir vielleicht noch mit dem Fahrzeug machen sollten. Was ihr noch von dem Fahrzeug wissen wollt. Vielleicht ja ein bisschen Interieur oder noch ein bisschen Exterieur. Ich bin auf jeden Fall für alles offen. Mir hat es sehr sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Sören, dass ich das Auto fahren durfte. Und ja an der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig. Als wie immer genießt die restlichen Tage. Und das allerwichtigste geht steil. Wupp. 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 Wupp.